Wir sind gerade im Absolut Backpacker angekommen, in Mission Beach. Und, ah, dann war es Jupp. Und wir sind hier gerade am Pool spielen. Und, weil die gibt's, es ist übrigens für free. Und wir sind gerade am Kochen. Hier ist eine riesen große Küche. Im Hintergrund könnt ihr die Mädels kochen sehen. Wir hatten eine super Vorabschlagung, die Mädels kochen und wir holen Bier. Finde ich gut. Und draußen seht ihr halt die Sitzmöglichkeiten. Und der Strand ist gar nicht weit, ist gleich da drüben. Und, ja, ich werde noch ein bisschen früh früh gleich essen. Hey, ich bin hier noch im Absolut Backpackers. Das ist Don, das ist super cooles Haus. Ja, wir verlassen das heute leider schon wieder. Und ich zeige euch nochmal kurz, wie das aussieht. Das hier ist die ganze Front. Und, ahm, hier gibt's noch so einen Poolbereich. Da kann man drin schwimmen und so. War ich heute Morgen, war super geil der Frischen. Hier ist die ganze Außenanlage hier mit so einem Netz für Federball und so. Und dann geht's hier so weiter. Da sitzt Chris. Hi Chris. Und, ahm, der Beach ist direkt da vorne. Und dann links ein bisschen, meistens fünf Minuten gehen. Guck mal direkt an den Beach. Super, super geil. Die ganze Anlage hier gefällt mir übelst. Weil es einfach nur so schön ist. Und dann geht's hier weiter mit einer Barbecue-Anlage. Die ist da. Kann man schön abends chillen. Barbecue, natürlich kostenlos. Muss man nicht viel bezahlen. Und was gibt's hier noch? Hier gibt's freies Internet. Hier gibt's ein Tour-Desk. Laundry, alles, was man braucht. Die ganzen Einrichtungen sind hier. Super, super cool. Und, ah, ja, wir brechen gleich weiter auf. Und, ahm, ja. Ja. Da sind wir gleich mal. Vielen Dank.